Ich bin die Krankenschwester. Krankenschwester? Wo bin ich? Haben die mich woanders hingebracht? Nein, wir sind noch hier. Auf der Bohrinsel. Wo ich jetzt schon vor Ihnen pisse und Sie meinen Schwanz halten, könnten wir uns auch gleich duzen. Wir beide oder zusammen ein neues Leben anfangen. Warum nennen Sie mich Cora? Sie gefällt dir, ne? Hanna? Ja? Guck mal. Jetzt reicht's. Hör auf. So lustig ist es auch nicht. Guckst du mich grad an, Cora? Nein. Ich glaube doch.